Heute komme ich mit großen Neuigkeiten und ein bisschen auch mit der Abrissbirne, denn dieser Kanal wird in der bisherigen Form nicht weiter bestehen. Hallo, ich bin Christine Graf, dreifache Mutter, Expertin für mentale Geburtsvorbereitung und Gründerin der Geburtsvorbereitungsmethode Die Friedliche Geburt. Wenn du meinen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann ist dir vielleicht etwas aufgefallen. Hier erscheinen regelmäßig neue Videos, aber bisher waren das vor allem solche Videos oder sowas hier. Kein Wunder, dass in den Kommentarspalten unter den meisten Videos gähnende Leere herrscht und generell der Eindruck entstehen könnte, dass dieser Kanal hier ein trauriges Nischendasein fristet. Doch damit soll es jetzt vorbei sein. Seit ich 2016 angefangen habe, mit Schwangeren zu arbeiten, habe ich festgestellt, dass der schönste Teil meiner Arbeit darin besteht, mit euch in Kontakt zu sein, euch ein wenig im Dschungel des Elternwerdens an die Hand zu nehmen und mit euch gemeinsam das Bild von Schwangerschaft und Geburt positiv zu verändern. Vielleicht kennst du schon meinen Podcast. Dort spreche ich seit 2017 über Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Es gibt schon weit über 300 Folgen und das Einzige, was ich immer ein wenig schade fand, ist, dass ich alleine vor meinem Mikro saß und nichts von euch mitbekommen konnte. Diese Lücke soll nun dieser Kanal schließen. Ich freue mich unglaublich, dass es hier ab sofort regelmäßig lauter neuen, spannenden Videocontent geben wird, der auch tatsächlich nur hier auf YouTube erscheint. Wir sind bereits mitten in der Planung und gleichzeitig mit diesem Video sollten auch schon ein paar dieser neuen Videos erschienen sein. Es lohnt sich also, direkt zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit wirst du nicht nur immer informiert, wenn ein neues Video von mir erscheint, sondern du hilfst auch mit, die Botschaft von einer positiven Geburt noch weiter zu verbreiten. Und was für Themen erwarten dich nun in Zukunft? Mein Kernthema sind Schwangerschaft und Geburt. Darum werde ich hier versuchen, dir wie eine gute Freundin hilfreiches Wissen und praktische Tools an die Hand zu geben, die dir bei der Vorbereitung auf deine Geburt helfen können. Ich spreche dabei aus meiner eigenen Erfahrung als dreifache Mutter und aus meiner langjährigen Arbeit in der mentalen Geburtsvorbereitung. Da ich selbst keine Hebamme bin, werde ich mir bei medizinischen Themen immer wieder Profis an die Seite holen, sodass an dieser Stelle auch immer wieder Expertinnen und Experten aus der Geburtshilfe zu Wort kommen werden und du mit dem besten evidenzbasierten Wissen versorgt bist. Und die Wunschliste ist eröffnet. Schreib mir am besten gleich in die Kommentare, welches Thema dich in deiner Schwangerschaft am meisten bewegt. Wovor hast du Angst? Was beschäftigt dich am meisten? Ich freue mich sehr auf deinen Kommentar. Außerdem werde ich dir natürlich immer wieder auch etwas aus meinem Spezialgebiet erzählen, der mentalen Geburtsvorbereitung. Warum und wie eine mentale Vorbereitung dein Geburtserleben essentiell positiv beeinflussen und dir helfen kann, deine Geburt nicht als Horror zu erleben, sondern als das, was es eigentlich sein sollte. Ein existenzielles, aber positives Abenteuer. Ich freue mich sehr darauf, dich dabei zu begleiten.